ganz recht herzlich gegrüßt zu einem neuen video liebe büros heute will ich euch mal die centaurus batterie von wiko vorstellen das ist eine 55 schuss batterie habe ich vorher noch nie gesehen kenne ich gar nicht durch zufall erstanden bekommen ja guck mal kurz drauf das ding ist auch ein stück älter das ist mit einer beim p2 nummer das bedeutet wir müssen die vorm ersten juli definitiv zünden die batterie ansonsten der neem angabe oder so steht hier noch gar nicht drauf ich glaube die ist irgendwas von anfang 2000 so aus dem jahrgang gemischte effekte steht sonst auch nichts mehr da drauf wir haben das gute stück aber zweimal und die werde ich doppelt für euch zünden viel spaß dabei so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020